Da geht's an. Da geh rein. Nein, komm rein, komm rein. Ich möchte also von der Straße weg. Komm rein. Da herrinnen, da, da geht's an. Hilf ihm da rechts durch, da ist er weg. Er sucht jetzt nur einen Weg. Silvia da rechts, hilf ihm durch, da geht er weg. Rechts, 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 da, 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 Ja, ist wurscht, dann soll er da gehen. Hilf ihm da. Genau. Jawohl, super ist er. Spitz ist er. Ganz genau geht. Gut. 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 Super. Super. 2 2 1-4-3-0 Weißt du, was das geile war? Er hätte so viele Möglichkeiten gehabt, dass er sich mit seinen Fußern leichter tun würde, anderweitig zu gehen und er ist trotzdem das schwierigere gegangen dort, wo sie gegangen ist. So, passt genug, genug, genug. So, ich möchte aber trotzdem nur einen machen mehr, weil wir haben es letztens gesehen, er trat dann relativ rasch ab. So, gut, wir gehen weiter. Warte, lassen wir die Taschen da. So, weiter geht's. Es geht einmal über die Strasse rüber und da bist dann du gefragt und deine Verantwortung. Das heißt, du huckst, ob ein Auto kommt oder nicht. Und er geht erst dann auf die Strasse und du weißt, dass kein Auto kommt. Aufpassen. Das ist doch auch nice. Na, komm mal. Na, komm mal. Okay, er ist schon beim Auto dran. Super.